Musik Ich bin total fasziniert, wie super gut, dass hier alles organisiert ist, vom Ankommen. Wirklich, man wird an die Hand genommen, man ist nicht alleingelassen. Ja, die Professionalität beeindruckt. Man merkt, dass es nicht der erste Kongress, sondern der fünfte ist. Jako O sieht sich als Partner für Familien. Wir möchten Familien rund um das ganze Thema Familie informieren. Unser Selbstverständnis als Firma ist, dass wir mehr als nur verkaufen wollen. Musik Ich war gerade auf dem Vortrag über die Bedeutung der Männer in der Erziehung und das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich war echt begeistert. Man wird auch einiges mitnehmen für private Erziehung. Ich fand es auch schön, dass einige Referenten so humorvoll an die Sache drangegangen sind, dass ich eigentlich Tränen gelacht habe. Applaus Ich konnte schon einiges mitnehmen zum Thema Schule, zum Thema Lernen, wie Kinder lernen, wie das Gehirn funktioniert. Und also vielen Dank an das Jako O-Team und die Referenten. Musik An diesen Kongressen ist es unheimlich toll, dass sich Eltern austauschen können. Man merkt, andere Eltern haben ähnliche Probleme, ähnliche Fragen. Und man wird, wenn man sich unterhalten hat, ein Stück weit gelassener. Man merkt, die Welt ist, wie sie ist. Mit Kindern ist es nicht immer einfach, aber immer schön. Musik Das ist riesig organisiert hier mit dem Essen. Man kommt raus, man braucht nicht lange anstehen. Überall kann man sich nehmen Getränke. Das ist echt entspannt. Und abends ist es richtig kuschelig hier, kann ich nur sagen. Ich kann es jedem empfehlen. Man kann einfach nur mal sitzen zusammen und klönen. Und das ist eine richtig schöne Sache. Musik Musik Also vielen Dank. Also vielen Dank für alles. Ich komme jederzeit gern wieder. Musik Es ist uns immer eine große Motivation, so eine Kongressmusik zu organisieren. Der nächste ist übrigens in zwei Jahren, am 07.08.10. In dem wissen wir noch nicht. Musik 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 Untertitelung. BR 2018